Der Weg führt dich zu der Braunschweiger Hütte. Auf der Glacier-Sektion sind deine Schnee-Spikes notwendig und obligatorisch. Es ist schlappig, aber sehr schön. Also schau dir die Eise-Holle, die sehr bekannt sind in der Pizzal-Valley. Aber nicht in die Steine. Also schau dir jeden Schritt, den du machst. Ja, tristelig. Vier, drei, zwo, eins. Wir haben 2019! Julio II Julio II Julio II Julio II Julio II Julio II F-Rose Yeah, almost there. It's getting foggy up there. Ah, wir sind fast da. Okay, die Oberfläche ist nahe. Guten Morgen! Guten Morgen! Danke! Guten Morgen! Gut geschlossen, ja! Wie klar? 116. 129. Und hier sind wir. Das ist unser erstes Peck, Mittagskobel. Das ist ungefähr 3,000 Meter hoch. Ich kann nicht viel sehen. Heute ist es fokig und schlubig. So, das sollte Munt Duffen sein. Das ist wo wir begonnen haben. Und jetzt, der nächste Stop ist Gläser. Ja, es ist ein bisschen fokig und gründer. Und ein bisschen Schnee. Nice! Wow, das ist schön. Das ist ein Gläser. Hier sind wir. Hier ist unser erstes Checkpoint. Okay, das ist mein Wasser. Wow, jetzt mal kurz an das! Hier sind wir. Hier sind wir. Das ist der Start des Gläser. Hier sind wir. Hier sind wir. So, ich muss auf meine Schlau-Train. Die Schlau-Train. Wir sind alleine mit. So, we müssen uns gehen. Guten Morgen! Schau, hier sind die Schlau-Train. Nikolaus? Ja. Es geht all the way to the right. Every hundred meter is a pole like this. Okay, good. So you go like this. Okay. And then on to the other side of the glacier. Okay, good. Okay. Thank you. And we have made it over to the other side. Wow. Super. Thank you. Thank you. That's the Braunsteiger Hütte. That means once we get there, it will be all the way down here to Möndafen. It is kind of foggy. Unfortunately, you can't see any of the beautiful landscape. Okay, the fog is clearing a bit. So that will be our second checkpoint, Möndafen. Okay, the sun is out. And Möndafen is just there. Which is our next checkpoint. So that's the little hut there. And that's where we're gonna climb next. Okay, we're here. Back to Möndafen. And this will be our aid station. So we need to get some water. Okay, just left the aid station. And now we're on our way to Riffuzer. The second climb. And there we go. The start of the second climb. To Riffuzer. That's Möndafen. That's Möndafen. We'll start with our second climb. There goes just a bit more. And that would be it. It would be relatively flat after that part. And then we'll be heading towards the Riffuzer. And to our next aid station, Tsunam. And it started to get cloudy again. So that's a beautiful view of the glacier. That's Riffuzer. And Tsunam. The next checkpoint. Just around the corner. Okay, here we are. Tsunam. Checkpoint. Okay, leaving Tsunam. And heading towards Riffuzer. Yeah, that's Riffuzer. That's where we're heading now. Okay. Right for us. Okay. Okay. That's from Hellером. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020